Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Days of the Tentacle. Ich habe schon alles richtig gemacht. Ich habe nur eine wichtige Sache vergessen. Die Rollschuhe. Okay. Wir haben immer noch den komischen Soundfiller. Ich hatte gehofft, wenn ich ins Menü gehe und speichere und so, verschwindet der. Aber schauen wir mal, der wird schon wieder verschwinden. Vielleicht bin ich mal kurz die Zeit wechselt. So, jetzt haben wir hier nämlich unseren Teilnehmer. Jetzt brauchen wir hier natürlich das Namensschild. Logisch. Ja, das ist der Geist. Jeder wartet auf den Anfang. Lasst uns mit der Show beginnen. Warte mal, was? Ich bin doch noch gar nicht bereit. Ah, nun geht's los. Ich bin schon ganz nervös. Ach, das war nix. Das war blöd. Das ist ein Jetzt. Das wollte ich nicht. Also laden wir das Spiel nochmal. Ich glaube, ich hätte das Namensschild als letztes benutzen sollen. Weil so gewinnt der natürlich nicht. Okay, wenigstens geht das nicht. Das laden komischerweise sehr viel schneller als das Speichern. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Es ist zu früh, um sein Haar zu machen. Ach so, okay. Das macht keinen Sinn. Ich verstehe. Ich sollte mir das bis zur Entscheidung auf... Warum sollte er da ein Stück Humor brauchen? Das ist einer der wenigen... Dann war das schon richtig. An dem Plastikkotze nichts nützt. Ja, das ist der Geist. Jeder... Ah, nun geht's los. Ich bin schon ganz nervös. Ja, und wo ist das jetzt oben? Ganz oben, oder? In dem komischen leeren Raum, wo ich mir noch dachte... Hö, warum ist denn hier gar nix? Ich verstehe. Und jetzt muss ich ihn immer für die einzelnen Runden vorbereiten, oder so. Wo kommen denn die Fleischbällchen in den Haaren her? Aber gut. Ich könnte das keinem jemals antun, der so schüchtern und sensibel wie mein Freund ist. Ah, okay. Ich kann ihn doch jetzt schon fertig machen. Sehr gut. Der schönste Mensch. Oh, Herald, das ist toll. Was sammelst du da? Du solltest das den Richtern wirklich sagen, wenn du dich nicht wohlfühlst. Das war nur im übertragenen Sinne. Weißt du eigentlich, dass du die ganze Show mit der Grippe angesteckt haben könntest? Aber ich habe alle meine Impfungen. Du siehst gesund aus, Herald. Aber du kennst die Regeln. Du bist raus. Was für eine Schweinerei. Ich hasse es, hinter Menschen sauber zu machen. Okay, so weit, so gut. Was jetzt? Nettes Outfit. Hi, ich bin Laverne, Medizinstudentin. Meinst du nicht, dass diese Dinge nur der Popularität dienen? Und dann sagte ich zu ihr, das ist nicht mein Saugnapf. Wenn ihr meint, das war witzig, dann hört mal jetzt zu. Hey, wann beurteilt ihr das beste Haar? Ach, schon gut. Boah, das sind die besten Haare, die ich hier an der Mumie gesehen habe. Dick und voll. Und saftig. Die Mumie gewinnt. Einverstanden. Wann wird denn endlich über das schönste Grinsen geurteilt? Ach, schon gut. Ich mag den ruhigen Typ. Mit den großen Zähnen. Es steht nichts in den Regeln, dass sie weiß sein müssen. Der erste Platz geht an die Mumie. Einverstanden. Ist jetzt mal bald das beste Lachen dran? Ach, schon gut. Okay, wer weiß ein Witz? Ich komme gerade aus Deutschland. Da habe ich einen Berliner getroffen und ich fragte ihn mit oder ohne Füllung. Ha 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 ha. Ein Klassiker. Ist schon toll, wie die Mumie das macht, ohne die Lippen zu bewegen. Ich sage, sie bekommt den ersten Platz. Einverstanden. Nun, das macht die Mumie zum Gewinner. Glückwunsch. Sie ist noch sehr gut erhalten. Ich vermisse das Lachen. Es ist Zeit, die Gewinne zu verteilen. Wir müssen bis Dienstag in Baltimore sein. Jo, unsere Arbeit hier ist getan. Nun, Ted, hier trennen sich unsere Wege. Du hast bei der Rettung der Menschheit geholfen. Und das, obwohl du schon seit Tausenden von Jahren tot bist. Ich glaube, du bist mein... Liebster Edison. Und der schönste Mensch von allen. Ich habe den Frabimatischen Dingsbums für Sie, Sir. Du meinst den Frabiestatischen Hochfrequenzgenerator? Ja, genau den. Nein, aber ich habe Probleme, den Numo sowieso zu finden. Des Pleumo elektrischen Verstärkers. Versuch es mal im alten Labor im Keller. Dort ist seit 200 Jahren keiner mehr gewesen. Ja, Sir. Der Verkleinerer wird mein krönender Abschluss. Mit ihm bin ich in der Lage, die gesamte Menschheit wegzuschrumpfen. Wahahahaha! So. Nee, das ist was Besonderes. Jetzt muss ich irgendwen zum Essen einladen. Ich weiß nicht, ob den Wächter... Vielleicht den Wächter. Wahrscheinlich den Wächter, oder? Super! Abendessen für zwei im Tentakel-Club? Das muss ich meiner Frau sagen. Okay. Dann seid ihr frei. Herzlich Glückwunsch! Ihr seid frei. Frei für was? Frei, um... Um wild durch die Wälder zu rennen. Tolle Sache. Ich sagte, ihr seid frei. Also bewegt eure dicken, faulen Hintern und haut ab? Um dann für den Rest unseres Lebens von dem Tentakel mit Schnäuzer und dem großen Netz gejagt zu werden? Wenn wir abhauen, verfolgt ihr uns doch sofort. Wenn wir hierbleiben, haben wir es warm und bequem. Draußen müssten wir Käfer und Moos fressen. Ihr werdet gleich meine Faust fressen. Die Wälder sind voll von wilden Tieren. Löwen, Tiger und Stinktiere. Boah, ich hasse Stinktiere. Da ist der Tipp mit den Stinktieren. Aber trotzdem, ob ich da drauf gekommen wäre... Ich weiß es nicht. Hey, seht mal! Ein Stinktier! Kommt zurück, ihr verrückten Menschen! Das dürft ihr nicht! Das ist ein ausbruchssicheres Gebäude! Wer sagt, aus Cartoons könnte man nicht lernen? Was, Kätzchen? Ja, ich musste auch dran denken. Das stimmt. Wie in diesem Looney Tunes Cartoon. Das stimmt. Nein, nicht in den Kamin. Ich wollte das nicht. Ich möchte das nicht. Jetzt können wir endlich in den Keller. Da ist jetzt auch der Staubsauger, der durch die Verfassung hinein teleportiert wurde. Aber ich weiß nicht, was wir damit machen. Jetzt schauen wir uns mal um. Geliebte Freiheit! Geliebte Freiheit! Das ist kaputt! 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 Da ist eine Klappe an der Seite. Da ist eine Klappe an. Geht nicht, der ist eingebaut. Oh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, für was wir den Staubsauger brauchen, ne? Wahrscheinlich nur Tentakelwinter... äh, Winterkleidung. Ich bin nicht neugierig auf dieses Zeugs. Ich bin nicht neugierig... Ich bin nicht neugierig auf dieses Zeugs. Das ist der gleiche Generator wie in Dr. Freds Labor. Er will nicht rennen. Ihm ist kalt. Wie können wir den Hamster wärmen? Da hat der irgendwas gesagt. Das ist der Sohn von denen in der Gegenwart. Der meinte, dann wird er ganz verschwitzt. Und dann ist er kalt. Und dann will er nicht mehr rennen. Aber ich weiß nicht genau, wie und was. Ha, so nah und doch so fern, ne? Aber was muss ich damit einsaugen? Ich mache keine Hausarbeit. Besser nicht. Ah ja, da muss ich nie wieder reingehen, glaube ich. Weh kann ich quasi knicken. Da muss ich, glaube ich, auch nie wieder reingehen. Besser nicht. Besser nicht. Wenn ich den kalt mache, schmeißen sie mich zurück in den Knast. Das macht keinen Sinn. Nein. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das, 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 das macht keinen Sinn. Das stimmt. Ja, nee. Keine Ahnung, ey. Hm. Was nun, was nun? Ich glaube, hier müssen wir auch nie wieder hin. Es ist schon alles ziemlich abgegrast, habe ich das Gefühl. In allen Zeitlinien ist jetzt ziemlich alles abgegrast. Hier haben wir noch, ähm, 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 Dingsy, den Drachenkerl. Der braucht irgendwie Eisen. Aber ich weiß nicht, was ich ihm da geben könnte. Brechstange geht nicht. Naja, Leute, machen wir mal für heute Schluss. Morgen schauen wir mal, wie es weitergeht. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.